Hallo, wir kennen es alle, das Huhn. Für den Menschen ist es eine wichtige Nahrungsquelle und Eierproduzent. Aber was wissen wir über diesen nützlichen Vogel? In diesem Video wollen wir dem Huhn auf die Spur kommen. Schon vor 5000 Jahren wurden Hühner als Haustiere gehalten. Die Wildform aller heutigen Hühnerrassen ist das Bankiwa-Huhn. Es lebt in den Wäldern Indonesiens, ernährt sich von Samen, scharrt im Waldboden nach Würmern und Larven und wühlt sich im Sand. Das Sandbad hält lästige Ungezieferfergen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com